Viele Banken berechnen Kontoführungsgebühren für ihr Girokonto oder binden die kostenlose Kontoführung an Bedingungen wie einen monatlichen Mindestgeldeingang. In diesem Video stellen wir dir 6 Girokonten ohne Mindesteingang vor. Zu jedem Konto zeigen wir dir alles, was wichtig ist. Außerdem erfährst du, welche kostenlosen Produkte eine gute Ergänzung sind, um die Konten perfekt zu erweitern. Am Ende sagen wir dir, welches Konto das Beste für deine Ansprüche ist. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Links zu allen Angeboten findest du, wie immer, unter dem Video. Legen wir los. 1. Das DKB-Girokonto Das DKB-Konto ist der Klassiker unter den bedingungslos kostenlosen Girokonten. Es ist kein monatlicher Geldeingang nötig und es gibt kein Höchstalter für die kostenfreie Kontoführung. Mit dem Konto erhältst du eine Visa-Karte ohne Jahresgebühr. Bei ihr handelt es sich um eine Debitkarte. Alle Zahlungen werden also zeitnah vom Girokonto abgebucht. Mit der Visa-Debitkarte kannst du in Deutschland und der Eurozone an jedem Automat mit Visa-Zeichen kostenlos Geld abheben. Das sind rund 97% aller Geldautomaten. Außerdem sind mit der Kase kostenlose Geldauszahlungen in DM-Filialen, Scheldhangstellen und all die Visa-Filialen möglich. Für die kostenlose Kontoführung benötigst du keinen Mindestgeldeingang. Wenn du aber 700 Euro monatlich auf dem DKB-Konto eingehen lässt, wirst du sogenannte Aktivkunde. Dann kannst du die Visa-Debitkarte weltweit kostenlos benutzen und das sowohl für Bargeldabhebungen als auch für Kartenzahlungen. Nicht-Aktivkunden zahlen beim Einsatz in anderen Währungen als dem Euro eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,2%. Buchst du auch die Girokarte für einen Euro im Monat dazu, kannst du zudem auch in vielen Supermärkten Bargeld auszahlen lassen, unter anderem bei Rewe, Lidl und Netto. Außerdem kannst du eine echte Kreditkarte für 2,49 Euro monatlich dazu buchen. Sie ist weltweit ohne Gebühren einsetzbar, und zwar auch dann, wenn du keinen monatlichen Mindestgeldeingang hast. Zum mobilen Bezahlen kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay nutzen. Der Dispo-Zins für Kunden, die keinen Mindestgeldeingang von 700 Euro haben, beträgt 7,18% per annum. Aktivkunden zahlen 6,58% per annum. 2. Das Nuri-Konto Das Nuri-Konto ist ebenfalls bedingungslos kostenlos und auch hier erhältst du eine Visa-Debitkarte ohne Gebühr dazu. Eine Girokarte oder eine Kreditkarte sind bei Nuri nicht verfügbar. Mit der kostenlosen Visa-Karte kannst du in Deutschland und weltweit kostenlos Geld abheben. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Auch Kartenzahlungen sind in jeder Währung kostenlos, ganz ohne Bedingungen. Mobiles Bezahlen wird derzeit nicht unterstützt. Eine Besonderheit bei Nuri ist, dass keine Schufa-Anfrage erfolgt und das Konto auch nicht an die Schufa gemeldet wird. Da die Kreditwürdigkeit hier nicht geprüft wird, erhältst du auch keinen Dispo-Kreditrahmen. 3. Das Comdirect-Girokonto Die Kontoführung ist beim Comdirect-Konto zwar nicht bedingungslos kostenlos, allerdings ist nicht unbedingt ein monatlicher Mindestgeldeingang dafür nötig. Alternativ reicht es, monatlich 3 Zahlungen mit Apple Pay oder Google Pay zu leisten. Zahle also ganz einfach an der Tankstelle oder im Supermarkt mit deinem Smartphone mobil und die Kontoführungsgebühr entfällt. Beim mobilen Bezahlen fallen keine Gebühren für dich an. Vermeiden kannst du die Kontoführungsgebühr außerdem, wenn du ein Comdirect-Depot hast und damit einen Trade oder eine Wertpapiersparplan-Ausführung monatlich hast. Kostenlos ist das Konto zudem auch für Studenten, Schüler und Auszubildende unter 28 Jahren. Die Kontoführungsgebühr kannst du auch mit einem monatlichen Mindestgeldeingang von 700 Euro umgehen. Mit dem Comdirect-Konto erhältst du eine kostenlose Girokarte und eine kostenlose Visa-Debit-Karte. Mit der Visa-Karte kannst du dreimal pro Monat weltweit kostenlos Geld abheben. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Jede weitere Bargeldabhebung mit der Visa-Karte kostet 4,90 Euro. In Deutschland kannst du zudem mit der Girokarte an allen Geldautomaten der Commerzbank, Deutschen Bank, Hypovereinsbank und der Postbank unbegrenzt oft gebührenfrei Geld abheben. Außerdem sind Bargeldauszahlungen mit der Girokarte an Schaltankstellen und bei Einzelhandelspartnern wie Rewe, Penny oder Aldi Süd kostenlos. Ebenfalls beliebig oft. Bei Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone fallen Fremdwährungsgebühren in Höhe von 1,75% an. Auch das Comdirect-Konto bietet dir die Möglichkeit mit Apple Pay und Google Pay kostenlos mobil zu bezahlen. Mit einem effektiven Jahreszins von nur 6,5% per annum erhältst du hier einen besonders günstigen Dispo-Kredit. 4. Das Open Girokonto der Open Bank Die Open Bank ist eine Tochter der spanischen Santander Bank. Das Konto ist ohne Bedingungen kostenlos. Es wird weder ein monatlicher Geldeingang noch die Erfüllung einer anderen Bedingung gefordert. Mit dem Open Bank-Konto erhältst du eine Mastercard-Debitkarte ohne Gebühr. Mit ihr kannst du fünfmal im Monat an allen Mastercard-Automaten in Deutschland und der Eurozone gebührenfrei Geld abheben. Außerdem sind Bargeldabhebungen an den 40.000 Geldautomaten der Santander Bank in Deutschland und weltweit ohne Gebühren möglich und das ohne Einschränkungen in der Häufigkeit. Für Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone fällt eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,5% an. Es gibt die R42-Funktion, die du ohne Mindestlaufzeit dazu buchen kannst. Dabei bezahlst du 7,99 Euro pro Monat und die Debitkarte wird um einige Funktionen ergänzt. Mit dem R42-Modus bietet dir die Open Bank die Möglichkeit, weltweit fünfmal pro Monat an beliebigen Geldautomaten kostenlos Geld abzuheben, sowie unbeschränkt ohne Fremdwährungsgebühren mit der Karte zu bezahlen. Außerdem ist für den Zeitraum der Aktivierung ein Versicherungspaket bestehend aus Reiseunfall, Flugverspätungs- und Gepäckverlustversicherung inklusive. Den Reisemodus kannst du jederzeit aktivieren und deaktivieren. Zum mobilen Bezahlen stehen die Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Darman Pay und Open Bank Wallet zur Verfügung. Ein Dispo-Kredit wird von der Open Bank nicht angeboten. Fünftens, das N26-Standard-Konto Ein weiteres Konto, mit dem ohne Bedingungen keine Kontoführungsgebühren berechnet werden, ist das N26-Standard-Konto. Hier ist eine kostenlose Mastercard enthalten, die zunächst nur digital verfügbar ist und per Apple Pay oder Google Pay zum Bezahlen in Geschäften, Restaurants und Supermärkten genutzt werden kann. Gegen eine einmalige Liefergebühr in Höhe von 10 Euro kannst du dir allerdings auch eine physische Karte zusenden lassen. Bargeldabhebungen sind in Deutschland und Ländern mit dem Euro als Landeswährung dreimal monatlich kostenlos an allen Geldautomaten mit Mastercard-Zeichen möglich. Jede weitere kostet 2 Euro. Darüber hinaus kannst du mit dem sogenannten Cash26 bei 11.500 Partnergeschäften, wie zum Beispiel bei Rewe, Penny oder DM, kostenlos Geld auszahlen lassen. Außerhalb der Eurozone kosten Bargeldabhebungen mit dem N26-Standard-Konto 1,7% Gebühr. Das Bezahlen mit der Karte ist bei N26 weltweit kostenlos. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Zum mobilen Bezahlen mit dem Smartphone kannst du, wie gesagt, sowohl Apple Pay als auch Google Pay benutzen. Der Dispo-Zins bei N26 beträgt 8,9% per annum. 6. Das Vivid-Standard-Konto Auch von Vivid gibt es ein kostenloses Standard-Konto. Es fällt also keine Kontoführungsgebühr an. Zum Konto hast du eine gebührenfreie Visa-Karte aus Metall, bei der es sich um eine Debit-Karte handelt. Neben dem Material gibt es eine weitere Besonderheit, denn mit jeder Kartenzahlung kannst du bei Vivid ein Cashback verdienen. Bei der kostenlosen Standard-Version sind es allerdings nur 0,2% Cashback und es gibt ein Limit von 20 Euro je Monat. Geld abheben ist mit der Visa-Karte bis zu 200 Euro monatlich weltweit kostenlos. Kartenzahlungen unbegrenzt. Eine weitere Besonderheit, neben dem Cashback, sind die bis zu 15 kostenlosen Pocket-Konten. Dabei handelt es sich um Unterkonten mit jeweils einer eigenen IBAN. Du kannst sie also ganz normal für Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge nutzen. Sie können außerdem in 40 verschiedenen Währungen geführt werden. Mobiles Bezahlen ist bei Vivid sowohl mit Apple Pay als auch mit Google Pay möglich. Ein Dispo-Kredit ist bei Vivid nicht verfügbar. Bevor wir zu der Frage kommen, welches kostenlose Girokonto ohne Mindestgeldergang das Beste ist, fassen wir die Konditionen noch einmal kurz zusammen. Kostenlose Kontoführung DKB ohne Bedingungen Nuri ohne Bedingungen Komm direkt, 3x Apple Pay bzw. Google Pay oder 1x Aktien kaufen monatlich oder unter 28 Jahre oder 700 Euro Mindestgeldergang Open Bank ohne Bedingungen N26 Standard ohne Bedingungen Vivid Standard ohne Bedingungen Kostenlose Karten DKB Visa Debitkarte Nuri Visa Debitkarte Komm direkt, Girokart und Visa Debitkarte Open Bank Mastercard Debitkarte N26 Standard Nur virtuelle Visa Debitkarte Physische Karte gegen Einmalzahlung Vivid Standard Visa Debitkarte Kostenlos Geld abheben DKB in Deutschland und Eurozone ohne Gebühr Außerhalb der Eurozone nur beim Mindestgeldergang ab 700 Euro monatlich kostenlos Nuri weltweit kostenlos Komm direkt, in Deutschland bei Cash Group Automaten, Shell Tankstellen und 13.000 Einzelhandelspartnern In Eurozone alle Automaten mit Visa Zeichen Außerhalb der Eurozone 3x pro Monat kostenlos Open Bank 5x pro Monat in Deutschland und der Eurozone und unbegrenzt oft weltweit an Santander-Automaten gratis N26 Standard In Deutschland 3x pro Monat ein Automat mit Mastercard-Logo unbegrenzt in 12.000 Einzelhandelsgeschäften In Eurozone unbegrenzt oft an Geldautomaten Außerhalb Eurozone nicht kostenlos Vivid Standard bis 200 Euro im Monat kostenlos Kartenzahlungen DKB in Euro gratis in Fremdwährungen 2,2% Gebühr entfällt beim Mindesteingang Nuri weltweit kostenlos Komm direkt, in Euro gratis und Fremdwährungen 1,75% Gebühr Open Bank in Euro gratis in Fremdwährungen 1,5% entfällt bei R42 Travel Modus N26 Standard in Euro und Fremdwährungen gratis Vivid Standard in Euro und Fremdwährungen gratis Geld einzahlen DKB an 17 DKB-Automaten und in 13.000 Geschäften gegen 1,5% Gebühr Nuri nicht möglich Komm direkt, 3x pro Jahr bei Commerzbank gratis Weitere Einzahlungen 4,90 Euro Ausnahme in Filiale Quickborn Open Bank nicht möglich N26 Standard in 12.000 Einzelhandelsgeschäften gegen 1,5% Gebühr Vivid Standard nicht möglich Dispo Zins DKB ohne Mindestgeldeingang 7,18% per annum Nuri nicht möglich Komm direkt, 6,5% per annum Open Bank kein Dispo möglich N26 Standard 8,5% per annum Vivid kein Dispo möglich Google Pay oder Apple Pay DKB Beides Nuri Nicht möglich Komm direkt Beides Open Bank Beides und weitere N26 Standard Beides Vivid Standard Beides Welches Konto ist das Beste? Unter den 6 vorgestellten Konten, die auch ohne Mindestgeldeingang keine Kontoführungsgebühren berechnen, ist das DKB-Konto besonders interessant. Mit der zum Kontopaket gehörenden Visa-Karte kannst Du in Deutschland und der Eurozone an jedem Visa-Automaten kostenlos Geld abheben und brauchst nicht mehr nach einer bestimmten Bank suchen. Außerdem kannst Du Dir an Scheldhangstellen und Einzelhandelsketten kostenlos Bargeld auszahlen lassen. Damit bist Du bei der Versorgung mit Bargeld maximal flexibel. Möchtest Du auch weltweit kostenlos Geld abheben und bargeldlos bezahlen, dann empfehlen wir Dir das DKB-Konto mit einer kontounabhängigen Karte zu erweitern. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel die Barclays Visa-Karte. Sie ist kostenlos und kann mit jedem beliebigen Girokonto genutzt werden. Mit der Barclays Karte kannst Du zudem weltweit kostenlos Geld abheben und ohne Gebühren in jeder Währung bezahlen. Da es sich um eine echte Kreditkarte handelt, kannst Du sie auch problemlos bei Autovermietungen und Hotels einsetzen. Mit Debitkarten kann es hier manchmal zu Problemen kommen. Einen Link zur Karte findest Du ebenfalls unter dem Video. Hast Du noch Fragen zu einem der Konten, dann schreib uns einfach in den Kommentaren, wir beantworten sie gern und wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!